Was ist EBV-Antigen? Das Epstein-Barr-Virus-Antigen ist ein mit dem Epstein-Barr-Virus assoziiertes Antigen. Es gibt eine Reihe von EBV-Antigenen, die mit unterschiedlichen Lattens- und Infektionsstadien verbunden sind. Labortests können verwendet werden, um nach spezifischen Antikörpern gegen diese Antigene zu suchen, um jemanden auf eine Vorgeschichte einer Infektion oder einer aktiven Infektion hin zu untersuchen. Diese Tests sind empfindlicher als Schnelltests, ZB-Mononucleosis-Screenings, die in der Arztpraxis verwendet werden, und können angefordert werden, wenn ein Arzt wissen möchte, ob ein Patient eine Vorgeschichte der Krankheit hat oder wenn ein Arzt glaubt, dass ein Patient ein Epstein-Barr-Virus hat obwohl ein grundlegender Monochem negativ war. Wie andere Viren ist EBV mit einer Reihe von Antigenen bedeckt, die es zur Ausführung verschiedener Funktionen verwendet, darunter virale Carpsid-Antigene, Membran-Antigene, frühe Antigene und nukleare Antigene. Es gibt eine Reihe verschiedener Arten von EBV-Antigenen. Wenn Menschen diesem Virus ausgesetzt sind, entwickelt der Körper Antikörper gegen die verschiedenen Arten von EBV-Antigenen, wodurch das Virus in der Zukunft erkannt und für die Zerstörung durch das Immunsystem markiert werden kann. Die Exposition gegenüber diesem Virus ist äußerst häufig. Viele Menschen bekommen es in jungen Jahren und können nicht diagnostiziert werden, da der Verlauf einer Infektion wie eine routinemäßige Kinderkrankheit erscheinen kann und sich von selbst löst. Einige Menschen sind im Teenager-Alter infiziert und entwickeln Mononucleose. Dieses Virus wurde mit Komplikationen wie Autoimmunerkrankungen und Krebs in Verbindung gebracht. Aufgrund seiner Verbreitung ist es ein interessantes Thema für Forscher, die mehr darüber erfahren möchten, wie sich solche Erkrankungen entwickeln und wie sie behandelt oder verhindert werden können. Wenn Tests ergeben, dass ein Patient Antikörper gegen das EBV-Kernantigen hat, bedeutet dies, dass die Person in der Vergangenheit dem Virus ausgesetzt war. Diese Tests können verwendet werden, um Jahre nach der Infektion nach Expositionsspuren zu suchen, da der Körper Antikörper zurückhält, falls er diese verwenden muss. Das Vorhandensein von Antikörpern gegen virale Kapsidantigen weist auf eine andauernde und aktive Infektion hin. Der Anstieg der Antikörper gegen das frühe EBV-Antigen ist ein Anzeichen für ein Wiederauftreten des EBV bei einem Patienten mit Infektionen in der Vorgeschichte. Diese Tests zur Suche nach Antikörpern gegen verschiedene Arten von EBV-Antigenen können mit einem diagnostischen Screening kombiniert werden, um nach Veränderungen der weißen Blutkörperchen und anderen Anzeichen einer Infektion zu suchen. Wenn bei einem Patienten der Verdacht auf eine EBV-Infektion besteht, kann eine Behandlung durchgeführt werden, um den Patienten zu erholen. Eine Infektionsgeschichte kann auch wichtig sein, um die Ursachen eines medizinischen Problems zu untersuchen.